Schön, dass du heute dabei bist und dir die Zeit nimmst für diese Self-Love-Practice, die wir heute gemeinsam machen. Leg dich an einem bequemen Ort, auf deine Matte, auf dein Bett oder auf die Couch. Wir machen nun eine kleine Fantasiereise durch deinen eigenen Körper. Stell dir vor, du läufst an einem weißen Strand entlang. Du bist alleine. Das Wetter ist wunderschön. Nicht zu warm und nicht zu kalt. So, dass du dein liebstes Sommerauto tragen kannst und dich einfach unglaublich wohl in deiner Haut fühlst. Du hörst das Meer, du siehst die Farben des Meeres und du spürst, wie sich deine nackten Füße mit der Erde verbinden. Du spürst, wie die Energie durch deinen gesamten Körper strömt. Du dich belebt fühlst und ein sanftes Strahlen über dein Gesicht geht. Du bist losgelöst. Du fühlst dich leicht und kannst selbst kaum glauben, dass du an diesem Ort zu dieser Zeit gerade bist und du atmest tief ein und aus. Und tief aus. Noch einmal tief einatmen und ausatmen. Du gehst in die Knie, legst dich auf deinen Rücken und machst nichts anderes als tief ein- und auszuatmen. Deine Arme und Beine werden ganz schwer. Dein Rücken ist entspannt. Dein gesamter Körper ist eng verbunden mit dem weißen, lauwarmen Sand. Wir stellen uns nun vor, jeden kleinsten Teil unseres Körpers abzulaufen und machen uns darüber bewusst, wie schön unser Körper ist, wie gut er sich anfühlt und wie dankbar wir sind, was er alles für uns tut. Wir beginnen mit unseren Füßen, denen wir so selten Beachtung schenken, aber einfach perfekt sind. Jeder einzelne Zeh hat seine Aufgabe. Ist einer verletzt, scheint nichts mehr richtig zu funktionieren. Und obwohl wir täglich auf ihn laufen, beachten wir sie viel zu selten. Es ist unglaublich, was unsere Füße leisten, aushalten und mitmachen. Wir gehen weiter entlang an unseren Waden, nach oben zu unseren Oberschenkeln und streifen sanft über unser gesamtes Bein, das so häufig wegen Cellulite oder sonstige Problemzonen kaschiert wird oder als viel zu dick empfunden wird, obwohl wir genau diese Beine so sehr brauchen. Sie ermöglichen uns, Treppen zu laufen, Berge zu besteigen und sind so kraftvoll und machen uns das Leben so viel leichter. Wir gehen weiter in unseren Unterbauch, an unseren Geschlechtsorganen vorbei und streicheln unseren Bauch. Hier pflanzen wir uns fort. Hier entsteht Leben. Sei dankbar für diese Faszination und pass immer gut auf deinen Bauch auf. Streiche ihn und atme einmal tief in deinen Bauch ein. Schenke Sauerstoff, sende Energie und Liebe. Wir gehen ein Stückchen weiter nach oben zu unserem Herzen. Dieser Muskel öffnet und schließt, je nach Anstrengung, stärker oder weniger stark. Je nachdem, was wir unserem Herzen zumuten, hat es mehr oder weniger zu tun. Aber über eines können wir uns immer sicher sein, nämlich, dass es alles dafür tun wird, um uns weiter und zuverlässig am Leben zu halten. Für uns zu schlagen, damit unser gesamter Körper mit Blut und Sauerstoff versorgt wird. Unser Herz ist unermüdlich. Es schläft nie. Es schlägt und schlägt und schlägt. Unsere Aufgabe ist es, es so gut wir können zu unterstützen, es nicht unnötig zu strapazieren und die Wertschätzung entgegenzubringen, die es verdient. Wir gehen weiter über die Brust zu unseren Armen und Händen. Jeder hat sich schon einmal geschnitten, verletzt oder sonst irgendwas erlebt, um zu wissen, wie schwer es uns fällt, wenn wir auf eine Hand oder einen Arm verzichten müssen. Diese Feinmotorik, die wir durch unsere Finger haben, ist fast unvorstellbar. Wir Menschen können alles mit unseren Händen machen. Sie sind stark, sie sind sanft, sie fühlen jede Struktur und jeden Wärme- oder Kälteunterschied. Sie sammeln für uns und sie schützen uns, wenn wir fallen. Sie sind immer für uns da. Wir gehen weiter nach oben, über unsere Schultern zu unserem Kopf, unserem Hirn. Da, wo alles, was du dir gerade vorstellst, entsteht. Deine gesamte Gedankenwelt entsteht hier und wird hier ausgemalt. Du kannst die schönsten Schlösser bauen und die komplexesten Aufgaben lösen. Du kannst hier fühlen, kreativ werden, lieben, leiden oder Empathie empfinden. Hier ist der Ort, der uns alles in unserem Körper überhaupt verstehen lässt. Pass auf und geh sorgsam damit um, welche Gedanken du hier reinlässt. Dieser Bereich ist für uns alle da und wir können ihn alle bis zum höchsten Potenzial ausschöpfen. Wir gehen weiter nach vorne zu unserem Gesicht, unsere Augen, unsere Augenbrauen, unsere Nase, unsere Lippen und unseren Mund. Jeder genannte Teil hat seine einzelne Aufgabe. Durch unsere Augen können wir diese wunderschöne Welt, diesen wunderschönen Ort sehen. Wir können Menschen sehen, die wir lieben. Wir sehen Stufen, um ihnen auszuweichen. Und wir können uns fortbewegen, ohne uns zu verlaufen. Unsere Nase ist klein oder groß, aber ganz egal, wie sie aussieht, sie lässt uns diesen Meeresduft riechen, den du gerade riechst. Durch sie bekommen wir kribbeln im Bauch, wenn wir das Verfüben unseres Schwarms riechen. Durch sie wissen wir, ob wir etwas Verdorbenes essen oder lieber lassen. Sie ist toll, ob groß oder klein. Unsere Lippen sind nicht nur schön, sondern helfen uns zu sprechen, Wörter zu formulieren, zu trinken oder zu küssen. Mit ihnen können wir Liebe ausdrücken und Liebe spüren. Konzentriere dich nun weiter auf deine Atmung und horch nochmal tief in deinen Körper rein. Will er dir gerade irgendetwas sagen? Braucht er vielleicht mehr Schlaf? Sehnt er sich nach mehr Bewegung oder vielleicht mehr Entspannung? Möchte er mehr Vitamine haben oder einfach nur mehr Wasser? Gehe tief in deine Gedanken rein und formuliere für dich Sätze, die du an deinen Körper richten willst. Das können Sätze sein wie Danke, dass du jeden Tag all die Kraft für mich aufbringst. Danke, dass du mich von A nach B bringst. Danke, dass du nie aufgibst, auch wenn ich dich stark fordere. Danke, dass du weitermachst, auch wenn ich manchmal denke, ich kann nicht mehr. Danke für alles. Ich liebe dich und du liebst mich. Atme noch einmal tief ein und aus und aus Öffne deine Augen langsam richte dich auf und nutze noch ein paar Minuten für dich und deinen Körper. Danke dir, dass du dir selbst die Zeit genommen hast für diese Self-Love-Practice. Du ja vorst, auch wenn du da bist, oder eigentlichinigst du dir selbst. Du bist also die Erkenntnis und der Zeit genommen hast für dich, Untertitelung des ZDF, 2020